Superbowl ist in vier Tagen und ich vergleiche beide Kader von den Chiefs und von den Eagles aufs Haar, genau, let's go. Wenn ihr neu seid, abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kostenlos, kein Risiko, wenn es euch nicht gefällt, nehmt es einfach wieder zurück. Ich habe es wieder in Form von einer Tierlist gemacht, ist natürlich keine Tierlist, das heißt, ich habe für jedes Level nur zwei Symbole, das linke Level gewinnt meiner Meinung nach, beziehungsweise links ist das meiner Meinung nach bessere Team. Wir fangen an mit den Quarterbacks, direkt zwei sehr, sehr starke Kontrahenten im Spiel, zwei mehr oder weniger MVP-Favoriten. Ich glaube, insgesamt muss man sich aber natürlich noch mit dem Strom entscheiden und sagen, Mahomes ist höchstwahrscheinlich noch zur Zeit der bessere Quarterback, Vorteil Chiefs. Machen wir weiter auf Running Back, hier wird es schon interessant, weil ich sage, wenn wir nur Sanders gegen Pacheco vergleichen, ist es knapper, als viele Leute vielleicht denken. Ich glaube, dahinter, selbst wenn man mit McKinnon und so rechnen muss, geht es dann auch aufgrund der Tiefe vielleicht doch schon eher an die Eagles. Und ich glaube, selbst Pacheco gegen Sanders würde ich vermutlich noch pro Sanders entscheiden. Musste nicht so viel machen dieses Jahr, die waren nicht so krass auf ihn angewiesen. Trotzdem, Vorteil Eagles. Wide Receiver, hier ist es das erste Mal sehr eindeutig. Ich glaube, Senf, ich glaube, Senf. Ganz kurz zwischendurch, ich habe euch am Sonntag in dem Video gesagt, dass mein Vater Geburtstag hat und wer möchte, kann ihm gerne in den Kommentaren gratulieren. Ich habe es nur auf dem Screen geschrieben, glaube ich, ich habe es nicht wirklich gesagt. Aber ich habe mich auf jeden Fall zuerst sehr gefreut, als ich gesehen habe, wie viele Leute da geschrieben haben. Und er hat mir vorhin eine Memo gemacht, dass er es gesehen hat und dass er sich auch sehr, sehr darüber gefreut hat, dass er erst überlegt hat, ob er auf jeden einzelnen Kommentar antwortet und Danke und Danke und Danke schreibt. Und sich dann dazu entschieden hat, dass ich das doch lieber weitergeben soll im Video. Also auch von meinem Vater nochmal vielen Dank dafür. Ich glaube, selbst wenn Tyreek Hill noch da wäre, würde es an die Eagles gehen und es geht so meiner Meinung nach auch an die Eagles. Ich denke einfach, AJ Brown, Devontae Smith sind zu gut. Dahinter hast du dann immer noch sehr schnelle, sehr gute Leute. Also da würde ich schon sagen, Vorteil Eagles. Nächstes Tight End, hier ist auch wieder sehr interessant. Logischerweise, wir sind im Super Bowl, natürlich sind die Teams gut. Aber wir haben zwei sehr gute Tight Ends. Wir haben so ein Dallas Goddard auf der einen Seite, wo ich immer noch witzig finde, dass er in der gleichen Division mit Dallas ist und Dallas mit Vornamen heißer wird. Und auf der anderen Seite haben wir Travis Kelsey, der vielleicht einer der besten Tight Ends aller Zeiten ist und vermutlich für die meisten zur Zeit der beste Tight End in der NFL. Deswegen auch hier, wie bei den Quarterbacks, Vorteil Chiefs. Das Letzte, was wir haben und dann haben wir nämlich schon die fünf offensiven Sachen abgeschlossen, das ist die O-Line. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, beziehungsweise es wäre in vielen anderen Duellen schwer einzuschätzen. Aber wir haben hier ein Team mit der eventuell besten O-Line der gesamten NFL oder zumindest einer Top 3 O-Line. Und das andere Team hat so eine ganz gute O-Line, mehr allerdings auch nicht. Vorteil geht hier für mich klar an die Chiefs. Ich würde sagen, bei Quarterback ist es verhältnismäßig knapp, aber schon so eine relativ, verhältnismäßig knapp, aber relativ deutlich. Das ist mit einer der dümmsten Sachen, die ich jemals sagen wollte. Aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine. Es ist einfach so eine neutrale Sache. Mahomes ist für mich besser, nicht sehr deutlich, nicht sehr knapp. Running Back ist für mich knapp. Receiver ist für mich sehr deutlich. Tight End ist für mich so wie Quarterback. Und O-Line ist für mich wieder sehr deutlich. Offense insgesamt gehen also die Eagles mit theoretisch dem besseren Matchup raus. O-Line ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, ich weiß, Travis Cassie ist ein Ausnahmespieler. Aber wenn du jemanden nur entscheiden lassen müsstest von diesen fünf Gruppen, was das Unwichtigste ist, ich glaube, die allermeisten würden Tight End sagen, knapp gefolgt von Running Back. Und von den drei wichtigsten Kategorien gewinnen dann zwei die Eagles für sich. Aber die allermeisten würden auch sagen, Quarterback ist vermutlich die wichtigste Position. Und da haben die Chiefs immer noch einen Vorteil. Deswegen macht daraus, was ihr wollt. Mein richtiges Tipp-Video, wo ich genau auf Matchups und bla 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 eingehe, kommt natürlich noch. Wie gehen denn die Defense? Hier habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht, als in unserer Division-Vorschau, was ich in der Preseason gemacht habe oder vor der Preseason sogar, wo ich jede Division durchgegangen bin. Also quasi das, was ich heute gemacht habe, gemacht habe, bloß für vier Teams jeweils. Denn da hatte ich noch gesplittet in Safety und Cornerbacks. Das habe ich jetzt diesmal getrennt, damit es ansonsten ein bisschen zu sehr durcheinander rutscht mit Nickel und Leuten, die Safety und Nickel spielen und was weiß ich. Ich glaube, nur Cornerback wäre die klarere Angelegenheit gewesen. Bei Safety könnte man dann sich streiten, ob du auf der anderen Seite oder auf der einen Seite mit John Cigana Johnson und dahinter, ehrlich gesagt, keinem, der wirklich auffällt, keinem, der wirklich für mich auf einem extrem guten oder auch nur auf einem normalen Starter-Level spielt, ob das ausgleichen kann, dass du bei den anderen Thornhill hast und Reed. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt zusammengewürfelt habe, geht der Vorteil schon auch hier wieder relativ deutlich an die Eagles. Einfach ein Cornerback-Duo aus Darius Slade zu haben und James Bradbury ist sehr, sehr stark. Avanti Maddox macht im Slot einen richtig guten Job dieses Jahr und John Cigana Johnson war absolut in Stil und hat die Defense nochmal deutlich verbessert. Deswegen hier Vorteil Eagles. Linebacker, bin ich ehrlich, ist für mich relativ knapp, aber ich mag Gay und Bolton schon sehr. Deswegen würde ich sagen, hier ist der Vorteil für mich Chiefs und die Eagles haben auch gute Linebacker. Das ist jetzt keine großartige Schwäche, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich hier die Chiefs definitiv mit der Nase vorne sehe. Defensive Line, auch wieder interessant. Hier ist es ähnlich wie bei der O-Line. Ich würde nicht sagen, dass die Chiefs Offensive Line, äh, Defensive Line, Entschuldigung, schlecht ist, aber die Eagles D-Line ist sehr, sehr gut. Sowohl was die Spitze angeht, also das Niveau von den Startern quasi, als auch die Rotation. Die Eagles können so viel durchrotieren und bringen den fünften und sechsten und teilweise siebten D-Line rein und zack, auf einmal sind die immer noch krass. Ich glaube, die Tiefe haben die Chiefs auf gar keinen Fall, deswegen Chiefs hier hinter den Eagles. Special Teams ist eine Sache, die bei beiden jetzt nicht wirklich herausragend war. Ich habe das hier ähnlich gemacht wie in der Pre-Season oder in der Off-Season, als ich mir die Divisions angeguckt habe. Ich habe erst so überlegt, in welche Richtung geht es für mich, habe nicht wirklich eine Antwort gefunden und dann habe ich mir die Statistik angeguckt für Special Teams. Da gibt es immer ganz gute Statistiken mit wer der wievielte ist und Punt Average und bla 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 und Kicking Attempts und Kicking Percentage und hm. Und da habe ich erkannt bzw. habe gesehen, ihr wisst, Special Teams geht mir relativ vorbei, habe ich gesehen, dass die Chiefs nicht gut sind bei den Special Teams. Allerdings sind die Eagles noch schlechter. Die Eagles haben keine gute Special Teams-Phase dieses Jahr bzw. waren einfach nicht sehr gut bei Special Teams und dementsprechend Eagles nochmal dahinter. Wenn wir uns das Ganze angucken, sehen wir, wir haben neun Kategorien. Das heißt, es hätte gar kein Unentschieden geben können und das ist so knapp, wie es nur geht an einem Unentschieden dran. Ich habe fünfmal die Eagles vorne und viermal hinten. Bei den Chiefs ist es genau umgedreht. Die Chiefs habe ich viermal vorne und fünfmal hinten. Allerdings bei den Chiefs würde ich sagen, abgesehen von Quarterback, sind das hier schon die deutlich unwichtigeren Kategorien. Tight End, Linebacker, das sind zwei Positionen, die als nicht wertlos, aber relativ weniger Wert angesehen werden in der NFL. Special Teams, viele Leute sagen, das ist extrem wichtig, verstehe ich auch irgendwo. Ich persönlich habe mich noch nie wirklich dazu durchringen können, es sehr ernst zu nehmen. Deswegen, wenn wir nun nach Roster gehen, sage ich, die Eagles haben klar den besseren Roster. Was ich denke, was tatsächlich im Spiel passiert, was wie viel Einfluss haben wird und wie vor allem die genauen Matchups aussehen und so weiter und was ich für das Spiel tippe. Darauf kommen wir dann wann anders zu sprechen. Vielleicht schon morgen, aber ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie ich die Videoreihenfolge machen werde für die nächsten Tage. So wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinung, denn ich glaube, wir sind nicht überall der gleichen Meinung. Wenn ihr Fan von einem der Teams seid, dann schreibt bitte dazu, wenn ihr was kommentiert, dass ihr Fan von einem der Teams seid. Das heißt, wenn ihr Chiefs-Fan seid und irgendwo zu eure Meinung dalassen wollt, von wegen, ey, ich bin der Meinung, die Chiefs-D-Line ist besser als die Eagles-D-Line oder sowas. Und dann, wenn ihr vielleicht noch was begründen wollt, könnt ihr gerne machen, wenn ihr einfach nur eure Meinung schreiben wollt und keine Begründung dafür habt. Wenn es nur so ein Gefühl ist, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich möchte mir da ein gutes Bild vermitteln, was auch immer. Aber wie gesagt, schreibt dann dazu, dass ihr Chiefs-Fans seid, damit man das Ganze einsortieren kann von außen. Das würde mich freuen. Wie gesagt, wenn ihr eure Meinung dalasst, bin ich so oder so happy, egal was ihr schreibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.